Heute besprechen wir, wie du deine mündliche Note verbessern kannst, dich mehr melden traust und endlich die 15 Punkte mündlich knackst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich sag ja immer, dass die Mitarbeit das Sprungbrett für alle anderen Noten ist. Denn wenn du in der Mitarbeit gut am Start bist, dann kriegst du natürlich eine gute Mitarbeitsnote, deswegen sind wir in diesem Video, stimmt's? Zweitens, alle Tests, spontane Referate, Kurzpräsentationen und so weiter, wirst du auch rocken, weil das eh nur über die letzten zwei Stunden geht. Und drittens, für die Klausuren lernen wird auch mega easy, weil du ja alles schon mal gehört hast, musst du es im Prinzip nur noch wiederholen. Deswegen ist die Mitarbeit unfassbar wichtig und wie du jetzt die Mitarbeit allgemein verbessert hast und so ständig auch die richtige Note bekommst, dafür gibt es jetzt 5 Tipps und da starten wir jetzt direkt rein. Erstens, im Fall der Mitarbeitsnote steht und fällt da natürlich ganz, ganz viel mit deiner Sitzplatzwahl erstmal. Ja, ist im Prinzip die Grundlage für alles. Weil, es ist natürlich logisch, wenn du ganz seitlich außen sitzt, dann ist es einfach unwahrscheinlicher, dass der Lehrer dich aufruft. Schlecht und ergreifend, weil, überlegt euch doch mal, wie ein Lehrer schaut, er guckt immer so im Prinzip durch die Klasse. Das bedeutet, die Leute, die ganz, ganz weit außen sitzen, die sieht er viel weniger und da kannst du so viel mit dem Finger schnippsen, wie du willst. Die anderen in der Mitte werden einfach öfter aufgerufen werden. Gleichzeitig aber, jetzt für die Leute, die es wirklich hardcore von der Wissenschaftlichkeit da übertreiben wollen, ich würde noch nicht mal genau die Zentrale Formenlehrer empfehlen, weil der Lehrer eben im Prinzip ständig so über die Klasse hinweg schaut, das bedeutet, in der Mitte geht er zwar oft drüber, wirklich draufbleiben ist selten, deswegen würde ich eigentlich empfehlen, dass hier so schräg sein, schräg im Blickwinkel, weil der Lehrer versucht immer möglichst viele Schüler ins Blickfeld zu bekommen und da seid ihr in den schrägen Bereichen eigentlich immer am besten. Deswegen, wenn ihr es wirklich da sagt, okay, Mitarbeiter will dich übers crushen, setzt euch in eine von diesen Bereichen. Zweitens, jetzt ist es natürlich cool, wenn du dich in eine gute Ausgangslage gebracht hast, wo der Lehrer dich wahrscheinlich oft aufruft, aber dann wirst du natürlich auch was Geiles zu sagen haben. Deswegen, wie kriegst du was Geiles zu sagen? Erstens, mach einfach allgemein viel mit, das muss nicht mal melden bedeuten, sondern hör einfach viel zu, versuch möglichst viel zu verstehen, weil du dann vor allem, wenn es um schnellere Antworten geht, wo der Lehrer einfach mit einem Stoff und dann so, weißt du, haben die Antwort dazu, dann zack und dann wird jemand aufgerufen, da kannst du halt dann da am Start sein, das ist übelst übelst wichtig. Dann zweitens, kann es immer sich auch lohnen, vorzuarbeiten, speziellen Fällen, wenn beispielsweise einfach so ein neues Aufgabenblatt mit der gesamten Klasse durchgeht und du ganz genau weißt, okay, wir machen jetzt die Aufgabe, dann machen wir die Aufgabe, dann machen wir die Aufgabe. Dann überspringen gerne mal die aktuelle Aufgabe, Poker da vielleicht auch drauf, dass der Lehrer dich jetzt nicht aufgerufen wird, beispielsweise, weil er dich in den vorherigen drei Aufgaben schon aufgerufen hat. Mach dann lieber die drei Nächsten, hab da schon das Ergebnis parat, im Prinzip vor einen anderen und dann kannst du dich eigentlich da direkt melden und bist wieder mit der Hand als Erster oben und kannst so wieder die Wahrscheinlichkeit, der höchste ist ja als Wahrscheinlichkeitsspiel, dass der Lehrer dich aufruft. Da aber auch den Weiß, mach es nicht zu auffällig, weil wenn es beispielsweise der Lehrer merkt oder auch Schüler, dass dann dem Lehrer petzen, gibt es ja alles diese Fälle, gut in Ordnung, da gibt es auch Neid drum, dann kommt es vielleicht nicht so cool. Und dann als dritten Punkt zu diesem zweiten Tipp noch, wenn du es schaffst, nachdem beispielsweise schon sehr viel gesagt worden ist, wo dann sagst du, ja okay, vielleicht gehörst du auch jetzt nicht zu den allerbesten Schülern, so okay, was soll ich da noch dazu sagen, weil selbst wenn du wirklich ein Top-Schüler bist, dann ist einfach die Frage, okay, das meiste wurde jetzt gesagt, kann ich auch in so einem Szenario noch was rausholen. Und da ist es immer empfehlenswert, dass ihr einen anderen Gesichtspunkt noch nennt, einfach eine neue Perspektive nimmt, einen ganz anderen Blickwinkel reinbringt. Weil das ist oft cool, weil es zeigt, ey, der interessiert sich wirklich für den Stoff, wenn du dann auch noch was Gutes sagst, ey, der versteht das auch wirklich nicht nur in den Bereichen, wo wir es jetzt gerade besprochen haben, sondern auch darüber hinausgehend. Und was ihr dabei beachten müsst, dass es nicht was vollkommen Willes ist. Ich meine, wir kennen das alle so, alles ist cool besprochen, da meldet sich irgendjemand und sagt was, was einfach nichts damit zu tun hat. Das heißt, die Person sollte dir nicht sein, aber wenn ihr ansonsten noch eine neue Sache mit reinbringen könnt, können die auch, wenn im Prinzip, ja, die Nachfrage an Antworten schon gesättigt worden ist, könnt ihr da noch was Geiles liefern und da einfach nochmal zusätzlich Euronote pushen. Dritter Punkt, wenn du auch wirklich was Geld zu sagen hast, dann trau dich auch das zu sagen. Viele haben ja oft das Problem, ah, ich trau mich aber nicht, was sagen dann die anderen. Und da würde ich dir im allerersten Moment mal empfehlen, versuch wirklich, na, wie soll ich sagen, da drauf zu scheißen. Ich weiß, es ist leicht gesagt, ein tausendmal schwer umgesetzt, aber du musst es im Prinzip wirklich schaffen, dass du in deinem Kopf sagst, ey, mir ist meine Note einfach so viel wichtiger, als das, was die anderen Leute vielleicht auch über mich denken. Und hab doch keine Angst, dass du was falsch sagst. Wenn es wirklich schlimmer ist und du wirklich merkst, ich traue mich einfach ums Verrecken, ich hab beispielsweise Angst, dass der Lehrer mich kritisiert, ich hab davor das andere mich auslassen, dann würde ich in dem Fall wirklich zum Lehrer hingehen, hey, ich würde mich echt gerne mehr beteiligen, ich bin einfach ein bisschen schüchtern, da könnten sie mir zumindest zusichern, dass wenn ich mich melde und was vielleicht nicht was Richtiges sag oder ich vielleicht auch unsicher bin, vielleicht stottert, zittert in der Stimme, dass sie das dann einfach gut aufnehmen. Das heißt, ihr könnt den Lehrer schon mal, der in der Regel, die Autorität ja im Klassenraum ist, auf eure Seite holen. Wenn ihr wirklich auch sagt, Leo, ich würde mich gerne melden, aber ich hab wirklich nichts zu sagen, ich verstehe den Stoff einfach so weit nicht, dass ich nicht, dass ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann auf die meisten Sachen auch nicht mit einer gewissen Sicherheit antworten. Dann würde ich da einfach nur Fragen stellen. Das bedeutet, lieber meldest du dich einfach und stellst eine Frage, als dass du dich gar nicht meldest. Das heißt, versuch dich selbst nicht mehr danach zu bewerten, sei ich jetzt was Richtiges oder was Falsches, sondern frag dich nur noch, melde ich mich oder melde ich mich nicht. Weil natürlich zeigen Fragen zum einen, dass du das noch nicht ganz verstanden hast, aber zum anderen zeigen sie natürlich auch Interesse und vor allem das Allerwichtigste, wenn genau deine Fragen beantwortet werden, sorgst du dafür, dass du den Stoff immer besser verstehst und das wird sich langfristig einfach lohnen. Und wenn du dazu dann kombiniert, wo du einfach merkst, okay, ich verstehe ein paar Sachen immer mehr, vielleicht so die einfachsten Sachen, dann hol dir da die Safe Points. Das bedeutet, versuch jetzt nicht, auch weil die nächsten Tipps werden noch ein bisschen, auch für die Leute, die richtig krass am Start sind, versuch dann nicht immer so die allerkrassesten Antworten zu geben, sondern sei zufrieden mit dir, dass du einfach nur die allersimbelsten Antworten sagst. Ihr kennt eben immer diese Fragen, wo einfach von 25 Schülern 22 in die Luft gehen, einer ist krank und die anderen beiden hocken am Handy und haben nicht zugehört, aber wo es wirklich einfach jeder weiß. Versuch dir die zu holen, weil das ist jetzt geistig nicht besonders glorreich, weil es sowieso jeder wusste, aber speziell bis zum Zweierbereich würde ich sagen, bewerten Lehrer in Bezug auf die Noten oft eigentlich nur nach der Frequenz. Das bedeutet, wenn du dich einfach da oft meldest, die oft so die Safe Points abholst, kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass auch wenn du ein bisschen schüchternd bist, hier nicht ganz so sicher bist, dass du trotzdem in einem guten Zweierbereich landen wirst. Viertens, die richtige Meldestrategie. Viele wollen ja, glaube ich, wenn sie eine gute Mitarbeiterwerte haben, versuchen sie immer von vorne wegzumelden. Und ich melde mich, melde mich, melde mich, ich bin dann da, ich bin immer da, ich bin da, immer da. Und das funktioniert auch super, ja, damit kann man auch 13, 14, 15 Punkte oder was auch immer deine Zielnoten, das kann man auf jeden Fall schaffen. Aber wenn du es wirklich feintunen willst, dann möchte ich am Anfang so die ersten 5, 6, 7 Minuten, je nachdem, wie schnell der Lehrer auch mit dem richtigen Unterricht in seiner Stunde anfängt, möchte ich dir was empfehlen, melde ich nicht. Du sollst natürlich aufpassen, das heißt, du sollst keinen Schwachsinn machen, aber melde ich einfach nur mal demonstrativ nicht, weil zum einen zeigt es dem Lehrer, okay, der ist gar nicht so krass daraus, jetzt die absolut Bestnoten zu bekommen, und damit meine ich nicht im Sinne von, er will die nicht und er hat keinen Ehrgeiz, sondern er versucht die ganze Zeit zu schleimen. Deswegen da zeige ich ihm ein bisschen demonstrativ auch, vor allem wenn du das jetzt wirklich an die Leute, die in einem gewissen Fach einfach die Klassenbesten sind und da wirklich auch den Raum im Prinzip dominieren können. Das heißt, zeig dir ein bisschen, okay, ich halte mich zurück, ich habe das auch gerne genossen, ganz ehrlich, da kommt dann auch gerne das Ego hoch. Du wirst es so drin, lässt die anderen sagen und denkst so, in 3 Minuten sage ich auch was dazu. Und das kann dich auch einfach krass motivieren, überhaupt mal ein Gefühl reinzukommen. Deswegen, wenn du deine Mitarbeiter verbessern willst und noch nicht so gut bist, dann denkst du dir, alter, ich will dieses Feeling haben, wo ich drin sitze und sage, ja, ja, rede mal und dann, boom, kommst du. Deswegen, das kann auch richtig geiler Push sein. Wenn du dann einfach ein bisschen auch dem Lehrer, das ist nämlich auch der entscheidende Effekt dabei, dem Lehrer vielleicht auch zeigst, gerade wenn deine anderen Mitschüler wesentlich schlechter als du sind, du musst nicht wesentlich schlecht sein, aber einfach, dass du eine gewisse Differenz da bist, dann zeigt es dem Lehrer diesen Kontrast und er merkt einfach, okay, so fühlt sich, oder solche Antworten kommen, wenn beispielsweise jetzt in meinem Fall Leo sich nicht meldet und so fühlt es sich an, wenn Leo mit antwortet. Deswegen, das zeigt einfach, okay, der ist wirklich nochmal einfach ein Level höher. Das heißt, da geht es dann nicht darum, auch in die 15 Punkte reinzubekommen und so schaffst du es dann auch endlich. Wenn du dich dazu entschlossen hast, dich dann zu melden, dann versuch da wirklich auch so krass wie möglich zu zeigen, dass du es einfach komplett drauf hast. Das heißt, wenn es beispielsweise funktioniert, dass du den Finger dauerhaft oben lassen kannst und du auch das Selbstvertrauen in dich selbst hast, wenn beispielsweise der Lehrer immer wieder neue Fragen stellt, die du auch gar nicht vorarbeiten kannst, wenn du dich da traust, wirklich den Finger oben zu halten und dann auch wenn dann eine neue Frage kommt, der Lehrer dich direkt aufruft, dass du trotzdem die richtige Antwort haben kannst, dann hast du gewonnen. Wenn das zeigt dem Lehrer, sie können hier fragen, was sie wollen, ich habe trotzdem die richtige Antwort und das, da muss er dir fast 15 Punkte geben und mindestens viel zu. Wenn du das dann machst, dann wird es oft so sein, dass der Lehrer dich dann irgendwann gar nicht mehr aufruft. Wenn der Lehrer dich nicht mal aufruft, will ich mich noch nicht mehr melden, weil das dann, ist es, dann ist es nicht so ein, oh, ich melde mich, melde mich, da rufe mich nicht auf und es gibt so einen Konflikt zwischen dir in dem Lehrer, sonst ist es so ein, okay, ich habe erst gechillt, da habe ich mich durchgemeldet und dann hat er dir im Prinzip einfach, dadurch, dass er dich nicht mehr aufgezeigt, okay, es reicht und dann sagst du auch, okay, wir haben uns jetzt gemeinsam im Prinzip darauf geeinigt, dass ich hier nichts mehr sagen muss, weil uns beiden sowieso klar ist, dass ich alles weiß. Das ist natürlich top. Diese Strategie gilt aber nur dafür, wenn es in der Stunde meistens lauter gleichwertige Fragen und gleichwertige Antworten gibt. Das heißt, es ist, wenn es einfach so eine Liste von Fragen ist, den Lehrer beispielsweise immer wieder in den Raum wirft, wo es nie ist, okay, das ist jetzt eine übelst krasse Frage, die fast niemand beantworten kann und das ist voll die easy Frage, sondern wenn das alles so auf einem Level ist. Wenn es aber eine Stunde ist, wo du merkst, oder auch ist er auch von Lehrer zu Lehrer abhängig, wenn du da merkst, okay, dann gibt es einfach mal Fragen, die sind super easy, die kann jeder und dann gibt es mal Fragen, die sind übelst schwierig, da weiß vielleicht fast niemand, vielleicht teilweise der Lehrer noch nicht mal eine Antwort drauf, dann würde ich in solchen Fällen immer die Strategie anwenden, dass du versuchst, nicht unbedingt immer dich überall zu melden und dir im Prinzip so eine Blockade reinzufahren im Sinne von, der ruft mich nicht mehr auf, weil dann bist du gehemmt, wenn es dann um die richtig wichtigen Fragen geht, sondern versuch im Prinzip dich regelmäßig zu melden, aber versuch immer so auch so einen Zustand beizubehalten, wo wenn du sagst, ich, oder, das ist manchmal ein bisschen nervig, aber wenn du wirklich energisch meldest, dass du dann auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass dein Lehrer dich aufruft, weil dann nimmst du dir ansonsten halt den Zugang zu den richtig geilen Fragen und bei den geilen Fragen, da würde ich dann im Prinzip immer die Frage, mich genau bei der melden, wo du das Gefühl hast, okay, die ist jetzt challenging, aber die kann ich auf jeden Fall noch meistens, das bedeutet auch, wenn du noch nicht so gut bist, versuch da trotzdem auch, versuch mal ein bisschen, auch von diesen ganz Safe Points wegzwingen, versuch mal nächste Stufe, nächste Stufe, weil das pusht sich auch und merkt, okay, ich kann da besser, 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 besser werden und für die richtigen Pros jetzt ganz allgemein, würde ich immer versuchen, zwei Antworten im Unterricht gegeben zu haben und damit meine ich nicht insgesamt, sondern zwei bestimmte Antworten, erstens die beste Antwort, weil das ist die eine Sache, die uns psychologisch aus gewissen Ereignissen im Kopf bleibt, quasi der intensivste Moment, das heißt die allerbeste Antwort in der Unterricht schon soll es geben und wenn möglich die letzte, da auch drauf achten, dass es nicht mega unwürdig wird, im Sinne von, ah übrigens wollte ich noch XY sagen, aber wenn möglich, wenn du mal schon eine Abschlussfrage kommst, versuch mal die zu melden, weil das sind genau die zwei Sachen, die uns Menschen im Kopf bleiben, das dazu und auch allgemein, wenn du das Gefühl hast, hey, ich will irgendwie mich am Unterricht beteiligen, aber der Lehrer sagt, gar nicht, du fragt gar niemanden, melde ich einfach so und versuch was Sinnvolles beizutragen, auch da wieder drauf achten, es muss was Sinnvolles sein, was den Unterricht vorwärts bringt und nicht daran hindert, weil das hassen Lehrer immer übel, aber du nimmst dir gerne auch einfach mal das Recht raus, sich einfach zu melden und sagen, hey, das ist mir dazu eingefallen, das ist doch richtig, das ist doch sinnvoll oder, und das einfach mit einzubringen, weil da kannst du dann quasi gegen Lehrer vorgehen, die immer nur ihren Monolog vorne halten und du das Gefühl hast, verdammt, hallo, ich hätte voll viel zu sagen, aber er lässt mich nicht, deswegen melde ich einfach mal und wenn du dann auch was wirklich Sinnvolles sagst, hast du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Lehrer dich in Zukunft wieder dran nehmen wird. Fünfter letzter Punkt, den die meisten wirklich immer wieder vergessen und zwar ist es nur, weil du die ganze Zeit richtig geile Sachen sagst und auch die richtige Strategie hast du, die Big Fish ist ja also, die die ganz schweren Antworten holst und so weiter. Nur deswegen hast du noch nicht zwangsläufig sicher deine absolute Traumnote, weil das ist alles nur das, was du rausgegeben hast. Am Ende entscheide der Lehrer, wie diese ganzen Sachen, die du von dir gegeben hast, wie er die bewertet. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, dass du da versuchst, gewissermaßen Einfluss zu nehmen. Es ist ein bisschen traurig, dass es in unserem Schulsystem so ist, aber es ist alles auch ein bisschen subjektiv. Deswegen macht er im Prinzip drei Dinge. Das ist im Prinzip so eine Abfolge. Erstens, am Anfang des Schuljahres sei dir, es sei im Prinzip der Erste, der zum Lehrerin gesagt hat, okay, ich hätte gerne dir und die Note, nur dass sie Bescheid wissen, ich will am Start sein und sag dir auch oder ihm, dass du da wirklich alles dafür tun möchtest und dich dann vielleicht auch regelmäßig erkundigen willst, dass man da im Prinzip gemeinsam auch die Anforderungen trifft, die der Lehrer beispielsweise für 15 Punkte jetzt ausruft, damit du da wirklich auch einen Vergleich hast. Dann würde ich immer wieder, also auch nicht schleifen, dass es einmal, ich will das einmal dann am Ende des Schuljahres noch mal nachfragen oder das Halbjahres, sondern wirklich regelmäßig, nicht nach jeder Schulschule, das kann auch sauernervig sein, aber so alle zwei, drei Wochen mal so okay, wie läuft, sind sie zufrieden, was könnte ich noch verbessern? Und da auch nicht immer alles auf die Note, beziehungsweise von, was müsste ich noch besser machen, damit ich 15 Punkte bekommen, sondern was könnte ich in meinen Antworten noch besser machen, was sind noch Themenbereiche, mit denen ich mich beschäftigt könnte. Dass du da wirklich zeigt, es geht ja nicht nur um die Note, sondern bis ich allgemein noch weiterentwickeln und dann ganz am Ende, wenn dann die Note vielleicht schon bekannt gegeben wird oder kurz davor, wo du vielleicht auch noch mit dem Lehrer dich austauschen kannst, verhandeln gerne. Gerade die Mitarbeitensnot ist die eine Note, wo du immer noch ein, zwei Punkte rausholen kannst. Deswegen nimm dir dieses Recht auf jeden Fall raus, lernen dann im Prinzip auch ein bisschen so verkaufen und ja, Einflusspsychologie gleichzeitig übertreibst du aber auch nicht, weil bei mir beispielsweise so, dass meine Wirtschaftslehrerin in der 12. Klasse gar nicht mehr mit mir bezüglich des Themas geredet hat und dann einfach gesagt, Leo, das ist deine Note, ich will keine Verhandlungen, fertig, weil ich zum ersten bei ihrem extrem krass verhandelt habe und zweitens, dass ich auch im Lehrer zusammen herumgesprochen habe, dass ich jemand bin, der sehr gerne verhandelt und dann blockieren die Lehrer auf. Deswegen versuch da auch ein bisschen so das Maß zu halten, dass du dir da auch im Prinzip die Möglichkeit nicht verbaust. Und ansonsten, wenn du das alles beachtest, glaube ich, jetzt ist echt schon ein richtig krasser Gameplan, um die Mitarbeiter richtig zu rocken. Falls du noch andere Tipps hast, hau dir gerne in den Kommentaren. Ansonsten fragen auch immer rein oder andere Sachen, die ihr mit mir teilen wollt. Um das Video nicht länger zu machen, sondern euch den maximalen Mehrwert in der kürzesten Zeit geben, behalten wir uns jetzt. Ich glaube immer nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.